Weihnachtsbäume Ein Weihnachtsrundbrief Die Stadt hat sich nach Haus zurückgezogen und überließ das Land endlich dem Land, als zwischen Schnee, der wirbelnd nicht zum Liegen kam, und Laub, das wirbelnd sich noch nicht gelegt, ein Fremder unseren Hof befuhr, nach Stadt aussehend, doch in ländlicher Manier, im Auto wartend, bis wir mäntelknöpfend nach draußen kamen, zu fragen, wer er war. Als Stadt erwies er sich, die wiederkam, nach etwas suchend hier zurückgelassen und ohne daß kein Weihnachten gelingt. Ob meine Weihnachtsbäume ich verkaufte? Mein Wald, die jungen Balsamtannen, als wär's ein Ort aus Kirchturmspitzen statt aus Häusern. Ich sah sie nie als Weihnachtsbäume an. Ich weiß nicht, ob ich kurz versucht war, aus dem Stand sie zu verkaufen, Autofracht, hinterlassend hinterm Haus den kahlen Hang, wo die Sonne jetzt nicht mehr wärmt als der Mond. Ich will nicht, daß sie's wüßten, wenn ich's wär. Noch weniger will ich die Bäume halten, wenn nicht auch andere über profitables Wachstum und die Prüfung durch den Markt hinaus, zu der doch alles kommen muß, die ihren halten. Ich dachte oft daran, sie zu verkaufen. Dann, aus falscher Höflichkeit, vielleicht auch Sorge, einsilbig zu wirken oder hoffend Gutes über das, was mein zu hören, sprach ich, es lohnt nicht, sind wohl nicht genug. Das seh ich schnell, wie viel zu schlagen wären, wenn ich mal schauen darf. Das dürfen sie, nur ohne Garantie, daß sie sie kriegen. Da standen sie den Hang hinauf, verschränkt die Äste und zu dicht an manchen Stellen, doch viele einzeln und schön rund gewachsen. Zu letzteren sprach er ein kurzes »Ja« oder stand und sprach zu einem Schönern mit des Käufers Mäßigung »Der würde gehen.« Das dachte ich auch, doch, ich war nicht gefragt. Wir stiegen südlich auf den Hang, wir querten, kamen nördlich runter. Er sprach »Eintausend«. »Tausend Weihnachtsbäume.« »Wie viel das Stück?« Er dachte wohl, mir's schonend beizubringen. »Tausend Bäume wären dreißig Dollar.« Da war mir klar, daß ich nie dran gedacht hatte, sie ihm zu überlassen. Zeig nie überrascht sein. Doch dreißig Dollar. Ein kleiner Preis, so groß der Hang, den ich entblößen sollt, doch war. Drei Cent, denn so viel gab es dann pro Stück. Drei Cent bei einem Dollar, den die Freunde, an die ich diese Stunde schreiben möchte, in der Stadt für solche Bäume zahlen, wie sie würdig wären Sonntagsschulen, reich behängt den Kindern mit Geschenken. Nie wußte ich, daß ich tausend Weihnachtsbäume habe. Verschenkt drei Cent mehr wert als im Verkauf, so zeigt es einem eine simple Rechnung. Schad, daß sie nicht in einen Umschlag passen. Ich wünschte, ich könnte so euch einen senden und wünsch euch hiermit eine frohe Weihnacht.